Hallo, mein Name ist Lia Wolf, ich bin 20 Jahre alt und habe letztes Jahr mit der Ausbildung zur Kaufhof für Versicherungen und Finanzen bei Zürich begonnen. Als ich mich damals entscheiden sollte, was ich mit meiner Zukunft machen soll, war ich zunächst sehr unsicher, denn ich hatte so viele Interessen, welche von Sprachen bis hin zu Zahlen reichten. Aber dank der Seite unter azubi.de konnte ich mich dann doch auf die Versicherungsbranche festlegen und ich merkte wirklich sehr schnell, dass es die perfekte Mischung aus all meinen Interessen war. Ich habe mich genau für diese Art von Ausbildung entschieden, da ich mich einerseits sehr für die Unabhängigkeit interessierte, denn ich stehe auf meinem eigenen Bein und verdiene dabei noch mein eigenes Geld. Auf der anderen Seite interessierte ich mich für diesen Ausgleich zwischen Arbeit und Schule. So bekomme ich nämlich einen sehr großen Einblick in die Arbeitswelt und behalte gleichzeitig aber noch meine gewohnte Freizeit bei. Mittlerweile mache ich mir auch keine Gedanken mehr darüber, ob vielleicht ein Studium doch besser für mich gewesen wäre. Denn wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, bin ich gerade mal 21 Jahre alt und bekomme von Zürich dann immer noch die Möglichkeit auf ein gefördertes Studium. Das heißt also, dass ich mich entweder für den Weg der Arbeitswelt entscheiden kann oder in das Studentenleben eintauche. Darüber hinaus herrschte eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und schon damals beim Assessment Center wurde ich sehr freundlich, offen und herzlich empfangen, was Zürich dann letztendlich zu meinem Arbeitgeber machte. Und bis heute bin ich auch noch sehr zufrieden und das ist mir auch sehr wichtig.